tschüss Unterricht fängt an, aber ich habe keine Zeit dafür Nervt nicht Ich habe dir schon mal runter geschossen Sag tschüss Puh Ey, bei wem war ich denn drauf? Bei Chat? Oh, kriege ich eigentlich immer einen auf den Sack Boah, Glück gehabt, ey Wo führt er mich denn hin? Ach, ich bin bei Chat hinten drauf Nein, der kann wenig besser fahren als Algie Da kommen sie, glaube ich Ich glaube, wir haben sie verloren Gut Ich habe Zeit Gib mir eine Minute, um mein Brot zu holen Du Es ist ein Trapp Es ist ein Trapp Chat, steck auf ihn Oh, verdammt Gehe vom Fahrrad runter Chat, gib Gas Geile Sache, geile Aktion Oh, da ist ein Kiddie Oh, wie lange brauchen die, bis sie unten sind Der ging mit einem Schuss runter Der musste voll auf seine hässigen Hummel zielen Ja, geht sinnvoller Ich kann mir die Tanke nicht hochjagen So, den nächsten ungenockt Chat, komm, hau rein Ah, wir kommen zur Schule hin Tschüss Ich glaube nicht, dass wir den Unterricht noch schaffen würden Vielleicht, vielleicht auch nicht Ich weiß es nicht ganz genau Nein, 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 nein Nicht da vorne, die Aussichtsperson Ja, bin dabei No Du bist da minus fünf, Streber plus fünf Geile Aktion So, Schwänzen Oh, oh Wo ist denn unser Unterricht? Im Gebäude? Was hab ich denn für'n Unterricht? Was hab ich für'n Unterricht? Englisch, Erdkunde, Musik, Fotografie Oh Ja, ich geh ja schon Ich geh ja schon Jetzt läufst du dem anderen auch noch voll in die Arme Hier Hier Oh, was war's? Musik 3 Geil, wir haben's doch geschafft Das ist auch ein geiler Zwischen Hm Der Unterricht fängt jetzt erst an Der ist fast schon ins Ende gewesen wieder Was war das? Alt, genau Hier Alt zum weitermachen Geil Gib dir Trommeln hier Okay Hau rein, Alte Bam Voll einfach Takt Dass es nicht so Jingle Bats dabei gibt Da hat meine Tastatur grad versagt, wo auch immer Hä Hä, ich kann nicht beide gleichzeitig irgendwie Warum nicht? Äh Nein, aber Irgendwie geht das nicht beide gleichzeitig drücken Oder muss ich beide gleich Ah Beide im gleichen Moment Drücken Aha Egal Geschafft Geschafft Auf jeden Fall Jetzt gibt's wieder so ein komisches T-Shirt Oder einen komischen Hut Notenpyjama Fett Der Notenpyjama Na 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 Der Notenpyjama Da hinten gibt's Unterricht Englisch Glashaus Gute Frage Nächste Frage Ach unser Englischlehrer Das versoffene Stück Ah Hopkins Sehr gut, junger Squire Hä? Wie bist du, junger Mann? Kann ich dir einen Highball offeren? Ja, sicher Eigentlich Vielleicht bist du ein bisschen jung Bist du das aus Hormsweg Bist du Bist du Bist du Bist du Bist du Wenn Leute Nein, nicht genau. Ich möchte ihnen zeigen, dass sie die Kraft, mit der sie zu beschäftigen wollten. Und dann geben sie wirklich etwas, was zu klagen. Ah, das schreckliche Machiavelle! Ich liebe es! Gut, ich auch. Zum Lehrer- oder zum Schulparkplatz. Wo ist der denn? Ist der nicht seitlich? Ja, ich wollte es doch gerade sagen, der ist ja irgendwo seitlich. Hi, Christy. Da ist er! Hi! Ah, so geht es auch. So sieht er mich nicht und so ist es auch einfacher. Jetzt weiß ich auch, wie ich mich hinterher Autos herhängen kann. Dann geht das etwas schneller. Muss ich mich jetzt noch bewegen? Nein, ne? Ja, wenn er gleich Gas gibt, komme ich auf jeden Fall schneller hinterher. Doch, doch, das ist geil. Ah, seht ihr? Gibt er mehr Gas, komme ich gut hinterher. Ruckelt aber nur dabei. Warum? Ich wasche meine Hände in Unschuld. Ich weiß nicht warum, kann ich euch nicht sagen, keine Ahnung. Ich will es ja eine Gründe haben. Das Spiel ist älter, also ich kann es einwandfrei spielen, selbst Minecraft läuft. Auf die PC. Und das ist ruckelfrei. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr ruckelfrei. Oder andere Spiele ruckelfrei. Na ja. Ist ja alles okay. Kriegen wir so ganz leicht ja noch hin. Was muss ich jetzt mal machen? Bei Glashaus... Ja, wer im Glashaus sitzt, soll mich nicht mit Steinen werfen irgendwie, dass der jetzt beim Fotografieren erwischen soll, dass er auch dringend... Irgendwas zerstören, was glasmäßig ist, ein Treibhaus, ein Gewächshaus, irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Hattrick Menor. Oder Manor. Und du? Achso. Objekte wie... Okay. Kein Problem. Bin ich gewohnt. Objekte wie... Oh Gott! Alter, das ist die Zeit. Du nimmst... Du nimmst... Ah, es gebe mir den meisten Schaden nach hinten. Der ist ein Glashaus... Catch them! Such a student incompetent! Why am I paying taxes for comuns like you?